Und seitdem wieder ganz ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollercoaster Taikun Classics in der Mission Naffee Lake. So, wir haben in der letzten Folge hier die Topspin aufgebaut, haben jetzt soweitgehend die aufregenden Attraktion abgebrochen, also wir können sie nicht mehr erforschen, da haben wir alles. Wir haben hier die Stingray gebaut. Des Weiteren würde ich jetzt ganz gerne jetzt auf gemäßigste Attraktion gehen, weil ich möchte ganz gerne unbedingt den Autoscooter haben und eventuell so ja noch das Geisterhaus. Ich bin überlegen, ob wir denn nachher noch so viel hier zusammen kriegen würden. Moment, der Kredit ab ist halt. Um so ja noch später noch mal eine Achterbahn aufzubauen, aber da muss ich erst mal noch warten. Also wir haben jetzt drei Achterbahnen, haben wir jetzt. Sie ist gar nicht mal so schlecht gestürt. So schlecht aus. Die Schlangen werden ja auch immer voll, also von daher alles sehr gut. Wie sieht's hier aus? Ja, in Euro lassen soll kommen. Achterbahnen stehen an. Da ist wieder einer raus. Da ist wieder einer raus. Sehr schön. Da ist wieder einer raus. Und weg hier. so, wir werden mal sehen noch mal na man, oh, das ist wieder sehr schön komm mal her nein so, okay ja, ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja machen gut wir sehen mit einem autoscooter rein auch wenn ich die dänke gebaut habe dass sie die rot gefärbt hat weil die welt fähig wissen was da los ist die kappes wer weiß wer weiß wer weiß Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay. 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 So, was kommt denn als nächstes Aussichtsturm? Ah. Bauen wir auf. Bauen wir gleich im besten hier mit auf. Ich bin halt noch bis jetzt auch noch nicht gehabt. ich habe mir gesehen gerade eben so wann kommt der am 14 august dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ein bisschen reagieren so 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 Musik ausgemacht habe, aber ich dachte, ich hätte sie gerade irgendwie meinen Rufmail Ich habe meine Rufmail, die hier in New York Ich habe meine Rufmail, meine Rufmail Und jetzt kann ich die Person stehen an, sobald sie sind gefarbt Und dann kommt der runter, das ist gewollt Dann kommt als nächstes die Bahn Aber jetzt wieder weg können wir Irgendwann stimmt in meinem Bildschirm nicht Da geht man an, aus, an, aus, hier Genau, was da los ist Ich denke, wir werden bald neu kaufen Jetzt alles nichts, also Oh Alles wieder weg Sehr schön Nein 11. September 11. September Da wäre ein Ende gewesen Der kennt es nicht Die Anstiege vom 11. September Wälteren Ringen Ich komme an So, Färfvikti zu lassen Oh, wieviel ist das Deal Dann kann ich mich für öffnen dann müssen wir aufpassen, da ist die Übelkeitrate sehr hoch, extrem hoch, in der Fräschheit geht diese Bewegung, um das Freie auszudrücken, die brechen leichter. Gut, 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 siehst du schon ein Tausender weg. Ich werde von der Mechaniker noch mal eine Hilfskraft einstellen. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, ein bisschen schwarz. Ich komme zu Ende Oktober noch mal drauf. Ich hoffe, dass wir die Gäste haben sehen können. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mini Hubschrauber, was bleibt denn? Hup! Die Geisterhose haben, verdammt der Abst. Aber, ob wir das sie vorgenauern sehen, wenn ich es auch erwähnt habe, wo wir das im nächsten Video kriegen werden. Ja, müssen wir da aushalten, den Kredit werden wir nicht mehr abbezahlt kriegen, aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen. So, wir sind jetzt über 3600 im Monat. Also. Da man sich überlegt, ja? Vielleicht haben wir die 600, plus, 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 bis es jetzt übrig bleibt. Und wir hätten ja noch ein paar Gebäude gebaut. Aber investieren muss man ja. Investieren muss man ja. Investieren muss man ja. 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 Jetzt ist es auch zu komisch an meinen Kürzen. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Rollercoaster Tycoon Classics wieder. Also habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ich sage Tschüß, Rennjahrom ihr Lieben.